Ich dachte, Sie arbeiten gern bei uns. Sie sind meine. Jetzt wollen wir die Polizei kommen lassen. Jetzt bekomme ich Ihren Badge und den Garderobenschlüssel. Hör mal, ich habe letzte Woche dreimal versucht, hier hinzukommen. Wo bist du? Ich habe gearbeitet, Spätschicht. Ist mir scheißegal. Du zahlst jetzt eine Miete. Wenn du Arbeit brauchst, sag Bescheid. Wie viele Kinder willst du anmelden? 300 Euro. Das erste Kind. Name? Martha. Maria. Und was zahlt er dir, dass du ihn daher begleitest? Du liegst gleich auf. So, it's your last offer, yes? Du wirst einen Frisiersalon irgendwann mal haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich will aber keine Geschenke. Guten Tag. Ich spreche doch eine Unterschrift. Kontrolle! Ich will dich nicht mehr zurück. Das ist ein Schmerz. Masha, ich will, denkst du? Das ist ein Schmerz. Übergeben meinem Anwalt das ganze Geld. Und die restlichen Papiere, er ist schon informiert. Nimm dein Geld und geh. Zeit ist normal. Verschwinde. Warum nicht mehr normalen Arbeit? Weil ich nicht, dass sie mich nicht verwendet haben. Weil ich nicht, dass sie mich nicht verwendet haben.